Ah, jetzt hab ich's. Schauspielerin? Nein. Ich geb auf. Was willst du denn werden? Ich will so werden wie die Mama. Weil die Mama macht, dass die armen Menschen ein Zuhause haben und ich mag auch armen Menschen helfen. Das kannst du auch. Gib ihnen einfach von dem, was du hast, was ab. Komm gleich, Papa. Komm gleich.